ja liebe leute und herzlich willkommen zu let's play together diablo 3 und ja der Horst ist natürlich auch wieder mit dabei geil so dreck poetisch hier es ist schon so dunkel warte servus leute und ein herzliches willkommen auch ich musste meinen vorhang ein bisschen reparieren jo willkommen zur nächsten folge von diablo 3 reaper of souls ja in der letzten folge haben wir was getan mhm bier getrunken nein wir haben dem skelett könnte ich mal ordentlich auf die schnauze gehauen und so dass sie mich eingegraben hat ja richtig so der nächste schritt liegt daran ihr könnt es schon da lesen über meiner fratze also genau da oben da sprech mit dekard kate genau kein darf ich vorstellen der gefallene stern niemand könnte etwas derartiges überleben wer seid ihr was seid ihr ein krieger glaube ich ich kam mit schlechten nachrichten doch ich erinnere mich nicht eure nachricht ist möglicherweise das einzige das uns vor dem drohenden verhängnis bewahren kann soweit aber ich muss mal hier tun wieder was lauter machen das ist nämlich neueres büchlein ja wohl das zauberbuch des bären neuer fertigkeiten platz verfügbar was ach ja passive fähigkeit na ist das grandios ja ist das wieder mit dekard kane reden ja machen wir doch doch ja so erzählt mir alles woran ihr euch erinnert fremde ja mach das mal detaille fallen vorher ein schwert von großer macht es war ein teil von mir aber es zerbrach in drei stücke als ich fiel es ist wichtig dass wir diese schwert stücke finden ich glaube dass eure erinnerung zurückkommen wird wenn wir das schwert wieder zusammen setzen die ziegenmenschen wüten durch die felder könnte das schwert etwas damit zu tun haben natürlich natürlich genauso wie um den fremden herum die toten auferstanden sind haben die schwert später die ziegenmenschen in den wahnsinn getrieben alle ziegenmenschen sind wahnsinnig dazu braucht es kein schwert aber ich werde ihre felder durchsuchen werner junge das heißt wir werden ihre felder durchsuchen der horst ist auch dabei man 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 machen geht zu den feldern des elends felder des elends elter des fehlens kurz mal was wiederverwerten hier kann ich ja warte mal ganz kurz kann gegenstelle wiederverwerten kann ich das auch wiederverwerten ja natürlich alles wiederverwerten du horst horst so und weiter geht die schnitzelei oder das rumkorn und blöden so geht ja schon gut ab wieder ich glaube ich glaube wir sind stärker geworden ich glaube auch ja hier elter des fehlens elter des fehlens leute es regnet hier ist schön überdacht so warten bis der regen aufhört zwölf folgen später bringt nichts wir gehen weiter endlos später als er hat sie auch pass auf der warte ich muss ich meine oder ist ja voll bei alter er ist ja voll geteilt worden ich habe so viel geld ausgegeben für die für die schmiede glaubt mir da kommt noch viel dabei auf die matte kein kopf ich habe dir heute fotos geschickt von meinem hexen-doktor oder ja genau das ist wahnsinn das ist krank einfach nur also hau das geld auf den kopf kommt in doppel und dreifacher menge zurück aber ich muss meine fähigkeiten irgendwann mal ein bisschen upgraden weil ich bin damit nicht zufrieden das ist mir alles zu passiv ok warte mal traute sich für eine ganze weile keine der abergläubischen bauern hier dorthin doch mit der zeit warten sie im lecker mit den aberglauben auf seite und nahmen wieder hatte und flog auf heute versorgen sie neugröse mit ihrer ernte das sind zu viel doch mehr schickten lecken schickten lecken weißt du was das coole ist selbe ja wir spüren zu sagen dö meine Mutti schaut auch zu hallo Mutti nein doch hallo Hosties Mutti hahaha ist die Blatt hier am Rechner oder was nö die schaut immer meine Videos an ach so ich bin hier jetzt zufrieden ich bin in dieses kuriositätenhaus gegangen ich bin in dieses kuriositätenhaus gegangen wo ist denn das? oooohh hier ich war noch nicht fertig mit dem Gegner ach so so ach was ist denn mit dir los? ach so ein Händler ach Adina ach was bist du für ein hübsches Ding was hast du für Waren? ich hab grad ein Gold bezahlt um alle Gegenstände zu reparieren ähm das ist ja mit Zähigkeit geht aber runter und Erholung geht auch runter na gut ne die hat scheiß Waren oh ich muss niesen alter nö bitte nicht ha hey da ist was ey und man sieht alles in der Facecam ey shit ich hoffe ich konnte rechtzeitig muten ich hoffe du konntest deine Popel rausmachen ja warte mal nun mal äh Leute sehne ich schalt grad mein Nasenloch in die Kamera okay ich kann ja recht ein Gewinnspiel starten und als Gewinn gibt's meine Popel krass gewinn so geil du wirst ja das sind berühmte Popel dann ja oder bescheuerte Popel kannst du jetzt ausgeben mein Freund der Baum umarm den Baum komm doch ja 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 so ne Fähigkeit hab ich auch als Hexen Doktor was ich damals cool aah ja 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 veck na na ja das nervt mich das ist mir alles viel zu passiv hier ich schau mal raus ich mach mal hier der Scheiss hier was ist das denn wobei warte mal ach ne geht eh nicht an zahlt sich gar nicht aus was denn smaragd habe ich auch ich muss dir mal ein foto von meinem von meiner beutetur von meinem hexen doktor machen und dann willst du beim nächsten mal willst du auf meister spielen ich muss dazu sagen ich bin auch heute in den dritten abgegangen echt ja ja ich bin im dritten art ja dann kannst du ja schon acht fotos schießen habe ich doch genau die gleiche fähigkeit hat mein hexen doktor auch mit diesen orangenen dinge an die du da siehst das ist so cool das ist super ist das bei mir ist das glaube ich beim hexen doktor das ist glaube ich wie heißt das geister sperrfeuer oder so ok benutze ich aber recht selten ist einfach nur da dass es da ist das ist da ist schützt morgen kommt man jetzt aber jetzt konnte noch bitte morgen kommt meine zweite folge raus 18 uhr ok Okay, ja. Geil. Ja, komm. So, Weihe an und ab dafür. Oh, warte mal, hier ist mehr Damage. Ach, guck mal, no problem. Das ist mega. Mega geil. Mega geil. Mega geil. Du kannst das so gut. Echt? Mega. Das ist echt geil im Boden imitieren. Ja, voll. Ja, Arisorius. Also, Samy, willst du jetzt deinen Kanal auch so nennen, oder? Ich gehe schwer davon aus. Ja, sehr cool, finde ich. Ich muss natürlich dann das Intro noch überarbeiten oder generell ein neues machen, klar. Du kannst du mir vielleicht auch eins machen. Ich kann's dir auch machen. Ich kann's dir auch machen. Ja, süß. Haha, ich kann's dir auch machen. Vor allem, das ist süß. Ich bin zu lieb. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich kann's dir auch mal ausbringen, ey. Ich liebe das. Wie heißt das? Himmlische Vollstreckung. Dann stürze ich vom Himmel auf den Boden. Ist so geil, Alter. Du stürzt auf den Boden? Ja. Auf den Knie. Vogel, Alter. Ah, hier ist schon wieder ihr Gartencenter. Oh, die halten ja viel aus. Ach, Leute! Ja, kurze Info. Das ist so irgendwie eine Angewohnheit von mir, Leute. Seitdem ich im Jahr 2000, oder es war ein Jahr, wo ich 2 gespielt habe, ich laufe die Areale immer komplett ab, immer am Rand einmal komplett entlang und dann fülle ich die Minimap quasi von innen quasi her aus. Weiß ja, also ich will halt die ganzen Areale immer von ja, eigentlich komplett erkunden. Das ist so mein P*** irgendwie. Seit Diablo 2 damals. Aber ich glaube, das habe ich auch so. Ich habe das auch so eh nicht gemacht. Ja, es gibt Leute, die rushen halt einfach durch. Und das mag ich nicht bei solchen Spielen. Ich habe mir das bei Diablo 2 angewinnt, ja. Ja, es hat sich schon oft genug bestätigt, tatsächlich, dass dadurch die Chancen natürlich größer sind, richtig geile Items zu finden. Wo ich mir dann im Nachhinein gedacht habe, wo alt war, wenn er da nicht hingegangen wäre, dann hättest du jetzt zum Beispiel Diablo 3 das legendäre Schwert, soll ich jetzt einfach mal hättest du nie gefunden. Weiß du, genau deswegen mache ich was. Das mag teilweise vielleicht langweilig vorkommen, ja. Aber, mein Gott, ich finde irgendwie gehört es auf mich zu. Ha! Was da, da unten? Was da, da unten? Da unten, da? Ach, da. Da, so ein Baum. Ach. Garten Center Elend. Oh, oh! No, oh! Ein Boss. Ich bin eingeboren. Ja, warte, ich mach mal hier Weihe an und dann gebozte Gerechtigkeit noch, für weniger Glamage bekommen. Und dann, zack. Nochmal Provokation, damit ich die Akku kriege. Die Schrecke brumst. Ha! Kettentrotz, was denn daten? Oh! Schöne Armschienen. Geil. Ich muss auch nochmal schauen. Ganz kurz noch. Wisst ihr, also ich mach mal dat als Beispiel. Sorry, Horst, ich laber jetzt mal gerade. Ah, was? Ist dir wurscht? Ja, ja, also, liebe Leute, hier, grad Kettentrotz gefunden, ne? Supergeile Armschienen, ne? So war es ja vorher. Die hätte ich nie gefunden, wenn wir jetzt nur strax durchgerusht wären, ja? Ja. Und jetzt kriege ich zum Beispiel dadurch auch wieder plus 13 Erfahrungen durch die getöteten Gegner und ne plus 34 Stärke plus 25 Leben Regeneration pro Sekunde. Nur durch dieses Vieh. Okay. Und wie wird der Bohlen sagen, Horstie? Mega geil! Ja, so sieht's aus, ey, Junge. Ich habe einen neuen Zauberstab, Leute! Ich muss ganz kurz schauen. Boah, Leute! Wisst ihr, der hat bestimmt was Geiles gefunden, ey. Und genau aus dem Grund, ja, gehe ich komplett die Areale ab. Es kann immer irgendwo ein Bossgegner oder ein Elitegegner. Ja, ist ja das Gleiche bei Diablo 3. Kann immer irgendwo ein Bossgegner sein. Ja. Und, äh, der hat auf einmal ein richtig geiles Item dabei. Und deswegen gehe ich hier mit meiner Laterne. Und mein Horstie mit mir. So, ich bin fertig. Ich habe mein Horstie mit mir. Geh, weiter, lanter, 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 lanter. So ist das nicht gut. Ja, wir haben nicht das. Ey, hier ist eine Höhle. Ach, die Höhle der Kasra. Da müssen wir tatsächlich rein. Willst du jetzt schon rein oder willst du erst hier Fehler des, äh, Fehler? Felder des Elends komplett? Nö, nö, gehen wir rein. Da ist ja nichts mehr. Ja, komm mal. Komm mal eigentlich. Aber wir gehen gleich noch komplett das Areal ab, ne? Ja, natürlich. Ach, ihr kommt gleich meine Freundin auch. Hey, hey, cool. Welche denn? Ja. Ah, ja. Die eine da. Ja. Warte, ich sag's, wenn es so weit ist. Ja. Und danach erzähle ich auch den Hintergrund. Da hat sie bestimmt nichts dagegen. Die guckt eh nicht so. Ja, ja. Die guckt mein, mein Dead Space Video. Töte ihn! Was guckt sie? Meine Dead Space Let's Plays. Echt? Ja, ja, weil die mag ich ja selber so Horror. Ich finde es auch cool. Also mir gefällt es immer besser. Ich bin ja nicht der. Alter, Dead Space ist super. Ich bin ja nicht der Space-Siege-BSD. Das ist scheißegal. Ich vergleiche das Spiel immer mit Outlast im Weltraum. Aber ich mag das so gerne, dir dabei zu schauen. Echt, jetzt. Ich finde, man hört das auch an meiner Sprache irgendwie. Ich bin da viel eingekehrter, finde ich. Magda ist meine Freundin. Magda! Ja, richtig, ist so. Das ist von meiner Freundin, ist das der Spitzname. Cool. Ja, und ich habe ihr letztens gesagt, ja, bei Diablo 3 kommst du auch dran vor. Hä, wie? Ich sage so und so und so, die heißt Magda, ist dein Spitzname. Das ist ja geil. Dann soll es so sein. Lass die Spiele beginnen. Weg mit euch! Ja, da muss ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie sich zumindest ihre Folge anziehen. Ey, warte mal, ich gehe hier erst mal die Ecken ab. Hier stehen manchmal Schatzruhen. Schatzruhen. Oh! Ist die jetzt weg? Leute! Ja, ja, aber die kommt ja noch immer wieder. Ach so. Waren wir schon so weit, wo wir damals gezockt haben? Natürlich, ja, ja. Echt? Ja, also wenn wir wirklich dort angekommen sind, wo ich nicht mehr war, dann weiß ich, dann fall es mir wieder ein. Das musst du dringend erwähnen. Ja, ja, da waren wir noch. Schon noch, ja, da waren wir noch. Okay. So, liebe Leute, hier liegt das erste Schwertbruchstück. Von, äh, oh, jetzt hätte ich bald, oh, jetzt hätte ich bald gespoilert, Alter. Von dem Fremden. Ich weiß nicht, gut, wer sich Diablo anguckt, kennt sich mit Diablo wahrscheinlich aus. Und dann wissen die eh, wer der Fremde ist. Ja, stimmt, ja, ich also nicht. Hey, weißt du nicht? Nö, voll nicht. Ach krass, okay, das ist schon mal gut, ey. Dann wirst du irgendwann sehr verblüfft sein. Okay, okay. Voraus, wie weit hast du Diablo 2 gespielt? Ah gut, den müsstest du eigentlich auch schon kennen, um den es geht. Ach, 2. Ja gut, dann kennst du den gerade. Glaube ich, hoffe ich. Du hast ja auch die Videos geguckt bei Diablo 2, denke ich mal, ne? Ja, ja. Gut. Wie ein Frieder. Ah. Toll, jetzt wo der Todesmarsch die Weihe, ey. Ja, wir sind schon so stark, Leute. Ich finde das so cool. Ich liebe meinen Zauberer. Ich, ich war, ich bin ja schon der Zauberer, die ich liebe es. Ja, der Zauberer ist geil. Darum, als ich Diablo 3 gekauft habe, also beim Release, ich hab das ja direkt nach dem Release gekauft, ne? Da war das tatsächlich auch, du hattest ja, hab ich glaube ich sogar auch mal erwähnt, du konntest ja sogar Heiltränke noch finden. Und, äh, ich hab's auch das allererste Mal mit einem Zauberer durchgespielt. Ich war so geflasht. Ich meine, man kann das nicht mehr, heute nicht mehr so vergleichen, wie es damals war. Ja, klar. Und, äh, aber es ist ja immer noch geil. Und ich hab das Spiel, ohne Scheiß, in zwei Tagen durchgespielt. Was? Mega geil. Und, äh, ich möchte jetzt mal erwähnen, du hast ja damals auch normal gespielt, ne? Also, erste Schwierigkeit. Und, äh, da war ich glaube ich mit Level 24 bei Diablo. Oh, okay. Ja, und jetzt guck mal, was wir jetzt für ein Level sind. Und wir sind noch nicht mal am Ende des ersten Aktes. Wahnsinn. Wegen Profi. Ach, apropos, Horst, die nächste Folge. Sollen wir mal wagen auf Meister? Puh. Hast du Bock? Ja, wir können auch... Man kann jederzeit, man kann die Schwierigkeit jederzeit zurücksetzen. Okay, dann können wir probieren, können wir machen. Ey, so, komm, wir machen hier die Quest noch mit dem bedrängten Bauer und dann ist die Folge auch schon zu Ende. Genau. Die Dämonenbrot hat sich in meinen Feldern eingenistet. Vielleicht solltet ihr euch andernorts niederlassen. Dieses Land ist alles, was meiner Familie bleibt. Ich kann hier nicht weg. Hm. So, Seuchen-Nester müssen wir zuerst bauen. Okay, Seuchen-Nester. War mal auf, ja, ja. Also im Moment mit meinem Hexen-Doktor, Junge. Wie gesagt, ich bin im dritten Akt, ne. Darfst du nicht vergessen. Also es lassen Gegner teilweise über 2000 Gold fallen. Wahnsinn. Ja, das ist schade. Es wird gestützt, mein Fett. Aber sowas. Nein. 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 Ich hasse diese komischen Kiste. Ja, da sind Boss-Fähigkeiten. Woi, joi, joi. Einen stillt, Alter. Und ich hab nur so'n... Oh, Wahnsinn. Unglaublich. Ach nee, ey. Das ist ja kacka jetzt. Sei mal da jetzt. Ne, warte, da brauch ich ne bessere Einhandwaffe für. Oh, da hab ich ja jetzt. So, warte mal. Ich geh mal hin. Ähm. Boah. Bewährte Bedeckung. Hose. Machen wir so. Und dann kann ich die nämlich. So, als... Hallo, was geht denn hier ab jetzt? Die Luzi. Ach so. Wahrscheinlich geht das jetzt erst. Or why not are we. Okay. Aha, jetzt geht's. Jetzt mach ich zwar weniger Damage, aber egal. So. Ja, dann... Danach porten wir uns mal in die Stadt, ja? Ja. Ach nee, warte. Wir gehen erst mal zum Wegpunkt. Okay. Schön. Aashof-Koop-Erfolg. Schön. Ah, super. Ah, du hast auch einen Erfolg freigeschaltet. Schön. Ja. Das ist dann eine erfolgreiche Folge. Eine erfolgreiche Folge. Erfolgreich. Guck mal, wir sind auch gleich vom Level her. 22. Ja, cool, ja? Siehst du, da brauchst du ja keinen Kopf machen, wenn ich mal einen, oder wenn einer mal ein, zwei Level... Ja, ja, das macht mir Mühe. Aber wir gehen mal nach neuen Zerstraben. Weil ich brauche einen Speicherpunkt. Hier ist ein Stück des Schwertes. Es war im Besitz einer Hexe und ihres Zirkels. Ja, meiner Freundin. Das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Fremder. Hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. So, Speicherpunkt. Jawohl. Cool. Ja, dann würde ich sagen, bänden wir hier an der Stelle die Folge. Rossi, was meinst du? Ja, wir bänden die Folge. Wir bänden die Folge und seien uns in der nächsten Folge von Let's Play Together Diablo 3 wieder zurück, ne? Das finde ich schön, wenn ihr da wieder dabei seid, ne? Okay, das ist gut. Ja. Haha. Genial, ihr Lieben. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Seien auch in der nächsten Folge wieder dabei. Ja. Jo, danke. Wir sagen, game over. Bis zum nächsten Mal. Und? Ciao. 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 Ciao.